Wie sieht's denn mit der Mütze aus? Weil dann würde ich mir ein paar Hosen jetzt herstellen. Fortgeschrittene Fertigung. Die Produktionskapazität jedes Gebäudes hängt von den Werten des Charakters ab, der eben zugewiesen ist. Jedes Gebäude erfordert die richtigen Eigenschaften. Wenn sich die Fertigungskapazität für verarbeitende Materialien erhöht, erhältst du eine höhere Stückzahl. Wenn sich die Fertigungskapazität für Ausrüstung erhöht, erhältst du bessere Gegenstände. Okay. Dann muss ich die ab jetzt da drinnen lassen. Ah. Die hat jetzt so eine schöne Mütze. Aber das... Dann ist die besser. Dann können wir das verticken. Jetzt habe ich aber wieder keinen Vergleich. Ach, da war doch was mit dem... Ausruhen, dann stellen sie auch besseres Zeug her. So, die Hose war, glaube ich, 91, ne? Gut, das ist jetzt ein normaler. 102. Sehr schön. Das heißt, ich mache dann... Äh... Mützen. Jede Menge Mützen. Jetzt ist wieder ein Wettbewerb verfügbar. Tanzparty in der Scheune. Äh... Vorsichtige Fertigung. Bei der Fertigung von Ausrüstungsgegenständen kann die Qualität schwanken. Denk dran, dass die Chance auf einen Gegenstand von hoher Qualität mit der Haupteigenschaft des eingesetzten Charakters wachsen. Äh... So, achso, das war Klamottenladen wieder, ne? Oh, ja. Tanzparty. Äh... Hätte ich da jetzt noch auf Anklicken, äh, äh... Jetzt habe ich das Wort vergessen. Anziehen. Stand da anziehen. Hätte ich jetzt noch einkleiden müssen vorher. Ja, das verliere ich ja jetzt wieder. Aber die anderen schneiden jetzt auch nicht so gut ab. Naja, doch, doch. Ist das eine riesen Spray-Dose, oder was hat die da? Äh... 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 Nicht schlecht. So, wie komme ich denn jetzt, äh... Auf die Hauptfertigkeiten... Wo sieht man denn die Hauptfertigkeiten? Nee, da wäre ich aber auch nicht schlau draus. Wo sieht man denn die Hauptfertigkeiten? Das ist ein bisschen schlau draus. Da ist das... Und ich glaube, dass ich das so schlau... Wie? Was ist das jetzt? steh... Achso, da kann ich dann... Ah, einzelne Werte. Einzelne Werte kann ich da steigern lassen. Okay. Auch gut zu wissen. So. Okay. Moderne Ernährung Kennst du schon die Zucchini-Diät? Nein? Das ist so toll. Ich habe hier schon die Zucchini, den Senf und den Honig. Jetzt brauche ich nur noch geriebenes Wolfsleder. Ich beschaffe 5 Wolfsleder. Hammer. Dies ist die beste Diät von allen. Ein Teelöffel am Morgen auf leeren Magen und du wirst den Rest der Woche keine Lust mehr auf Essen haben. Von der Kloschüssel kommst du allerdings auch nicht mehr runter. Bulimie Beim Verwenden eines Dranges besteht eine Chance von 20 Prozent, dass er nicht aufgebraucht wird. Toll. Weil... Weil man wieder ausgereiht hat. Super. Super. Ist es jetzt eine Fähigkeit? Passive oder... Oh Mann, oh Mann. Auf in den Kampf. Warum darf ich da jetzt nicht... Ach nee, ich wollte ja eigentlich hier Kundschaft damit zu... Das sind alles... Ach, die haben unterschiedliche Preise. Ich wollte dir eigentlich noch ein paar Sachen herstellen lassen. Das machen wir kurz noch. Dann steigt die vielleicht hier noch im Level auf zusätzlich. Wäre auch nicht verkehrt. Aber so lässt sich dann eigentlich gut Kohle machen. Können wir eigentlich dann noch einen anheuern? Die Mona. Die Mona hat sehr viel Leistung. Stärke. Ich werde extra hämmern. Sperre um 18. Okay. Dann ist es auch eine Fernkämpferin. Keimnisvoller Gast. Äh, nein. Können wir... Nein, können wir nicht. Doch, können wir. Dann stellen wir... Eine Armbrust gerade her. Eine kleine. Oder eine große, wenn man so... Hoch genug kriegt. Ja, dann können wir eine große direkt herstellen. So, einfache Armbrust. Ausrüsten. Erforderliche Wert. Bewegung 29. Ach. Mist. Kann ich denn... Ich habe jetzt natürlich die ganze Rüstung vertickt, ne? Ja, scheiße. Gut, dann. Äh. Ja. Super. Die wollte ich. So. Intelligenz. Nee, das ist eine Bogenschütze. Äh. Trainingsschwert. Und dann... Die muss ich verkaufen. Die. Ja, und warum darf ich die jetzt nicht mitnehmen? Ach. Ja, stimmt. Da habe ich ja vorhin irgendwas freigeschaltet, um die Gruppengröße zu vergrößern. Mist. Aber warum geht das nicht? Ah. Beulmann. Beute. Beute. Niemand kann sich daran erinnern, wer er ist und woher er kommt. Und alle wissen nur, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Wald zu beschützen. Aber warum kann ich den nicht angreifen? Hm. Und da kommt er vielleicht am Ende jetzt von alleine? Und da muss ich dann auf 100%, was ich jetzt habe, dann allgemein jetzt noch eine Runde abschließen, dass er kommt. Naja, warten wir einfach mal ab. Aber schade, ich hätte jetzt Mona gerne mitgenommen. Auch wenn die nicht wirklich Ausrüstung hat. So, das lasse ich mir automatisch mal heilen. Ne, darf ich immer noch nicht. Hm. Wir müssen auf jeden Fall die mit den Jungs noch herstellen. Jetzt keine zwei, sondern drei, weil ja Mona da noch nie dazugekommen ist. Aber es geht jetzt schon gut von der Hand. Ich hätte das Lederzeug nicht alles verticken dürfen. Ich hätte das Lederzeug nicht alles verticken dürfen. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wie man zu diesem Endbussler kommt. Das ist mir noch ein Reizel. Was ist das? Geht aus Haus. Gestern haben betrunkene Gäste im Spa randaliert und ein paar Möbelstücke zerbrochen. Der Inhaber hat sich an dich gewandt. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Um neue Möbel herzustellen, benötigst du fünf Kastanienstämme. Es wäre ziemlich großzügig von dir, ihm zu helfen. Äh, ja. Der Inhaber des Bar grins zufrieden und geht. Wenig später schenkt er all deinen Helden einen kostenlosen Wohlfühltag im Spa. Jetzt wird ihnen nichts mehr im Wägel stehen. Ja, das ist ja das Mindeste, was er jetzt hätte tun können. So, der Liete ist auch down. Plus fünf Prozent, ja. Aber das heilt schon relativ fix hoch. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Materialien. Ist halt blöd, wenn die nix droppen oder so. Schauen wir mal gleich mal, wie viel wir schon herstellen können. Wenn überhaupt wir schon was herstellen können. Wenn wir gerade ziemlich, äh, unser Holz hergegeben. So, da gab's auch wieder schöne Fälle. Wettbewerb. Kosten 100. Wettbewerb für Fremde. Kostet mich 100. Ruf plus 30. Äh, ja. Achso, jetzt muss ich hier wieder. Ich warte an immer, dass was passiert. So. Hier hin, du da hin. Angleiden. Äh, das brauche ich nicht. Die Trennfarbe ist grün. Eigentlich vielleicht, äh... Gut, das hat aber keiner aus Grünes. Okay, das war gut. So, und die müsste jetzt eigentlich die volle Punktzahl kriegen, weil die rennt jetzt halbnackt dahin. Komm schon. Naja, fast. Hehe. Die sind aber auch nicht so gut. Aber der ist so gut. Das ist das, was ich jetzt bekommen habe, oder was? Sehr schön. So, ein Medaillon muss ich herstellen. Geht. So. Du bist Jägerhütte. Du bist Schmied. Und dann mache ich dich hier für... Alchemie. Alchemie. Dann brauche ich auf jeden Fall noch neue Backen. Ja, kann ich ein paar herstellen. Und... Du kommst hier hin. Du stellst mir die Fälle her. Gut gemacht. Gut gemacht. Dieses Amulett wird nicht nur das Leben deiner Helden verlängern, es passt auch gar wunderbar zu deren Augenfarbe. Und man munkelt, dass es ein Plus-1-Bonus beim Flirten verleiht. Alles klar. Lege ich mir auch eins zu. Ich brauche jetzt keine 3, ich brauche 4. Gefiedertes Grauen. Ich habe von einem mächtigen Monster erfahren, das im Wald lebt. Diese merkwürdige Kreatur ist eine Kreuzung von Mensch und Eule. Es ist gefährlich und sehr aggressiv. Wir haben wohl keine andere Wahl, als uns dem Monster im Kampf zu stellen und es zu besiegen. Bereite dich gut auf diese Schlacht vor. Gilde 2. Diese Gildenverbesserung erlaubt es dir, zwei Abenteurergruppen gleichzeitig auf die Reise zu schicken. Okay. In der Bibliothek werden Forschungen aller Art durchgeführt, die verschiedene Boni geben und neue aktive Fähigkeiten freischalten. Zugang zu neuen Standorten schaltet neue Abenteuerorte frei. Ach, da kommt jetzt der Bosskampf. Wenn du ein Abenteuer zu 100% erkundet hast, kannst du dich dem Boss stellen. Um den Kampf zu beginnen, klicke auf den Bosskampfknopf und nicht auf den normalen Kämpfenknopf. Okay. So, du stellst mir jetzt aber noch die Bretter her. Dann brauche ich... Ah, ist das schon alles hergestellt? Mist. Dann eine Jacke und eine Hose. Level 3 Jacke. Level 2 Hose. Okay. Mona rüsten wir aus. Mit der Jacke und mit der Hose. Jetzt sollte es aber eigentlich auch mit der Waffe funktionieren, oder? Jawohl, ja. So, das Amulett kann ich die anderen auch schon herstellen. Gut, weil dann kann ich Mona das Amulett anlegen. Ach, benötigt Level 5. Das ist halt so doof. Das braucht bei jedem Level. Ach so. Ach so. Das heißt, Eddie kann es tragen. Sehr schön. Und du musst es auch tragen können. Und für dich ist es eher unpassend. Neuer Charakter wird 2700. Alles klar. So, wie sieht es da aus? Ihr ruht euch auch mal aus. Was konnte man da nochmal machen? Nur heilen. Okay. So, Eddie in die Front. Du in die zweite Reihe. Okay. Wir können also den Boss angreifen. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Damit endet nämlich auch diese Aufnahmesession. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Einen Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.